Wir werden oftmals mit klassischen Innenrichtern verglichen. Dabei verstehen wir uns selber als Tech-Company, denn unsere Prozesskette ist durchweg digitalisiert. Neben klassischen geschäftlichen Systemen wie ERP-Systemen beispielsweise, verwenden wir auch State-of-the-Art-Technologien wie Predictive Analytics. Dieses kommt beispielsweise zum Einsatz, wenn wir für unsere Kunden eine punktgenaue Standartanalyse erstellen und dabei auch eine Rendite-Prognose bereitstellen.